Läuft Kamera? Kamera läuft. Jetzt machen wir was ganz Tolles. Wir fahren jetzt mit dem Model S zum DFB-Pokal. Dauert einen kleinen Moment. Tschüssi, bis gleich. Schnauze, bis gleich. Die Technik. Ich kann das mit dem Fronten aufhören. Null da, ja. Weil die Handbezug zu Null da, verwandt ja. So, das war jetzt der letzte Stopp von dem Mobil, wo der DFB-Pokal durch die Lande reist. Da haben wir zwei tolle Sachen gekriegt. Ein Schlüsselanhänger und ein Kugelschreiber. Und man kann zwei Karten für den DFB-Pokal-Finale gewinnen. Und der Effenberg war noch nicht da. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Tschüss.